Die Sehnsuchtspannung und die künstlerischen Virtuositäten nehmen also zu mit dem Fortschreiten jener Wahrscheinlichkeit, mit der die Dissipation sich nicht mehr aufrechterhalten lässt. Und kurz vor dem zu spät werden noch die fantastischsten Werke erschaffen, als Erinnerungsmahnmal an diese Sehnsucht. Und nicht aus dem zu verschwinden, was gerade das Liebste geworden ist.